Nummer 3 ist der Ergotopia Nextback. Ergotopia ist ein Team aus Gesundheitsexperten, das sich auf ergonomische Produkte spezialisiert hat. Der Nextback ist deren Bestseller, der auch von Physiotherapeuten genutzt und empfohlen wird. Er lässt sich in der mittleren Preisklasse einordnen, hat eine hohe Materialqualität und konnte mittlerweile hunderte Kunden begeistern. Eingespart wurde hier beim Fußkreuz aus Kunststoff. Würde man es mit einem Aluminiumkreuz ersetzen, hätte man hier sicher einen nahezu perfekten Bürostuhl. Allerdings konnte ich keinen Bericht zu einem gebrochenen Kreuz finden, was für den Stuhl spricht. Ergotopia hat mittlerweile auch einen Premiumstuhl mit Aluminiumfußkreuz. Dazu erzähle ich dir in der letzten Kategorie mehr. Die mitgelieferten Rollen sind optimal geeignet für Holz- und Teppichböden. Du bekommst 3 Jahre Garantie auf die Schaum- und Stoffteile und 5 Jahre Garantie auf die restlichen Komponenten inklusive der Gasfeder für die Höhenverstellung. Die Firma sitzt in Deutschland und ist bekannt für ihre schnelle Hilfe, falls mal etwas am Stuhl dran sein sollte. Insgesamt kannst du den Stuhl 60 Tage lang risikofrei testen. Den besten Preis bekommst du in der Regel beim Hersteller selbst. Die besten Angebote verlinke ich dir unter dem Video.